Majoran Majoran ist eine einriege Pflanze aus der Familie der Lippenblätter. Er kommt meistens nicht wild, sondern nur kultiviert vor. Der Majoran wird vorwiegend als Gifts in der deftigen Kücke verwendet. Hier hilft er auch, die schweren Speisen zu verdauen, denn er ist TRKT die Verdauungsorgane. Außerdem ist TRKT die Menstruation und hilft gegen Erkältungen. Urserlich angewandt kann er nicht nur die Hauteilung F-Absatzzeichen dann, sondern auch Kopfschmerzen lindern. Babys hilft er in Form der traditionellen Majoran-Seibe gegen BL-Hangin und Schnupfen. Heilwirkung Antibakteriell, beruhigend, hantreibend, Krampfel-Absatzzeichen sind, Schleimel-Absatzzeichen sind, Schweißtreibend, Tonisierend, Eckeltung, Husten, Keuchhusten, Asthma, Schnupfen, chronischer Schnupfen, Appetitlosigkeit, Verdauungsschke, BL-Hangin, Magenümpfe, Magenkoliken, Reizmagen, Darmkoliken, Durchfall, Verstopfung, Reizdarm, Seekrankheit, Gicht, Rheuma, Nervenschke, Kopfschmerzen, Milne, Schlaflosigkeit, Menstruation, Zisterkend, Wunden, Schlechtheilende Wunden, Krampfadern, Greint, Juckreiz, wissenschaftlicher Name, Oregano Majorana, Majorana Hortensis, Pflanzenfamilie, Lippenblutler, Lamiaceae, Englischer Name, Majoram, Volksmlicher Name, Echter Majoran, Badkraut, Bluthitze, Bratekutche, Bratenrute, Gartenmajoran, Kostenkraut, Kranzkraut, Kuchelkraut, Kuttelkraut, Mairan, Mairalkraut, Mairandost, Miron, Maigame, Maizkraut, Maikram, Miron, Wurstgaute, Wurstkraut, Falsche Schreibweisen Miron Verwendete Pflanzenteile Kraut Inhaltsstoffe Terechili, Bitterstoffe, Gerbstoff, Gerbsure, Saponine, Arbutin, Borneol, Eugenol, Geraniol, Limonen, Menthol, Oleanolsure, Rosmarinesure, Terpinolene, Terpentin, Daimol, Vitamin C, Zink Sammelzeit Juni bis Oktober In erster Linie wird der Majoran nattlich entdeckt als Gewitzer für deftige Speisen verwendet. Er ist jedoch auch eine wertvolle Heilpflanze mit vielfältigen Heilwirkungen. Verdauung Die Hauptwirkung des Majorans ist die Ausstärkung der Verdauung, weshalb er auch so beliebt als Gewitzer ist. Er hilft, fette Speisen zu verdauen, gegen BL-Hangen, Appetitlosigkeit und KM für der Verdauungsorgane. Auch gegen Seer- und Reisekrankheit kann man ihn verwenden. Man kann den Majoran zusammen mit dem Essen einnehmen, oder man BRHT sich einen Tee auf oder nimmt ihn als Tinktur. Atmungsorgane Auch gegen Erkrankungen der Atmungsorgane kann der Majoran helfen. Er befreit die Atmung, wenn man Husten hat und lindert Erkältungen. Auch gegen Schnupfen kann man ihn verwenden. Nervensystem Durch seine entkrampfende und beruhigende Wirkung hat der Majoran auch eine F-Absatzzeichen-Ritterliche Wirkung auf das Nervensystem und dessen es T-Absatzzeichen rangehen. Man kann ihn gegen F-Absatzzeichen sehr Unruhe, Kopfschmerzen, Mechne und Schlaflosigkeit einsetzen. Die Volksmedizin verwendet ihn sogar bei Epilepsie. Userlich Userlich angewandt hilft der Majoran gegen Wunden, Juckreiz, rheumatischen Schmerzen und Krampfadern. Dazu kann man einen Lauszug aus dem frischen Majorankraut ansetzen und zur Einreibung verwenden. Traditionell wird aus Majoran-Pulver und Butter eine Salbe bereitet, ungünntem Majorane, mit der man Babys, die unter Bauchschmerzen leiden, den Bauch amassiert und die man außerdem als Schnupfensalbe in die Nase einreiben kann, sowohl bei Babys als auch bei Erwachsenen. Kuckengewitz Majoran wird besonders gerne zum Wurzen von Wurst verwendet, weil er den herzhaften Geschmack unterschützt und außerdem hilft, die schwer verdauliche Wurst zu verdauen. Das hat dem Majoran auch etliche Namen eingebracht, die auf diese Verwendung hindeuten, zum Beispiel Wurstkraut. Der Majoran eignet sich als zu ff. alle deftigen Speisen, die schwer zu verdauen sind, also beispielsweise Braten, Eint-Absatzzeichenpfe, Hetznüchte, Bratkartoffeln. Geschichtliches Da der Majoran im Mittelmeerraum und Nordafrika heimisch ist, war er auch schon im Altertum bekannt. Die Araber benutzen den Majoran gegen Trunkenheit. Die alten Griechen weiten den Majoran der G-Absatzzeichen den Aphrodite. Das deutet darauf hin, dass er damals als Liebesmittel galt, was dank seiner entkrampfenden und tonisierenden Wirkung kein Wunder ist. Seit dem 16. Jahrhundert ist der Majoran auch in Mitteleuropa bekannt und beliebt. Er wurde von M-Absatzzeichen in die Kloster G-Den gebracht, von wo aus er sich auch in Haus G-Den breitmachte. Pflanzenbeschreibung Der Majoran stammt ursprünglich aus Europa und und Nordafrika. In Mitteleuropa kommt er fast nur in Gärten vor, kaum in freier Natur. Der genige Garten-Majoran ist nur ein Rich, duftet aber besonders stark. Es gibt auch einen zweijährigen Majoran, den sogenannten Winter-Majoran, der aber weniger stark duftet. In warmen Ländern ist der Majoran generell mehrig. Der Majoran G-Absatzzeichen hat he zur Familie der Lippenblutler und ist somit ein Verwandter des Thymian, des Salbeis und vor allem des Oreganos, dessen direkter Bruder er ist. Passend zu seiner Familie, verft der Majoran-Bär einen starken Duft, der durch die Derschenleer hervorgerufen wird. Die Pflanze wird bis zu 50 cm hoch. Sie hat ne, vierkantige Stängel, die manchmal R-Absatzzeichen-Dlich-Bär laufen sind. Die Stängel sind stark verzweigt, wenn sie genug Platz haben. An den Stängeln wachsen kreuzgegensten Dich angeordnet kleine, elliptische Bär älter. Ab Juni bis September blende ich die Scheinherren mit weißen oder R-Absatzzeichen-Dlichen kleinen Blüten. Anbautipps Majoran-Samen erhält Tee man in den meisten Supermärkten, in Bau- und Gartenmärkten. Man kann Majoran sowohl in Tee-Absatzzeichen pfen als auch im Freiland kultivieren. Der Majoran braucht im Topf gute Blumenedde, am besten mit etwas Sand versetzt. Der MRZ ist eine günstige Zeit, den Majoran zu essen, man kann ihn aber auch noch im April oder Mai ans ein. Am besten ist Tee man den Majoran im Haus oder im V-Beten-Karsteen, denn die Samen im Absatzzeichen gehen es warm, bevor sie keimen. Im SB-Teren-Vier kann man auch eine Direktzeit im Freiland versuchen, aber ein Teil der Samen wird dann vermutlich von V-Absatzzeichen-Gelen gefressen und die langsame Keimung F-Absatzzeichen-Dät das Bewuchern durch ein Guter, bevor der Majoran überhaupt keimt. Man bedeckt die Samen mit 0,3 cm kleinummeliger Erde. Die man feucht HLT, aber nicht zu nass. Nach 15-20 Tagen kann man die kleinen Majoran-Pf-Helm ziehen, sofern es warm und feucht genug ist. Wenn man will, kann man die kleinen Pflanzen ins Freiland auspflanzen. Sie sollten im Abstand von 15 cm gepflanzt werden. Die jungen Majorane brauchen zwar regeilmsig Wasser, aber sie sollten keinesfalls zu feucht stehen, denn sonst K-Absatz zeichneten die Wurzeln faulen. Innerhalb von drei Monaten wachsen die aromatischen Majoran-Pf-Hänzchen heran. Bei Beihung der B-Elter mit den Haaren den F-R-B-T der Wurzeln geduft auf die Haarende ab. Sammeltipps Die Majoran-Pflanzen erntet man am besten kurz vor oder zu Beginn der B-Elter-Zeit, weil dann der Gehalt anterischen Lenn am H-Absatzzeichen gsten ist. Als Tageszeit zum Ernten eignen sich Vormittag und das B-T-Nachmittag. Zur Ernte schneidet man die Pflanzen nicht zu dicht bei dem Boden ab, denn dann treiben sie wieder aus und man kann es B-T noch mal ernten. Sie K-Absatzzeichen nennen dann gepündelt und auf G-N-G-T werden. Sobald die B-Elter trocken sind, rebelt man sie von den Stängeln und hebt sie in gut verschlossenen Gäfsen auf. Bei guter Lagerung H-L-T getrückneter Majoran mehrere Jahre.